Es wird ein krasses Spiel, es wird echt ein krasses Spiel. Wir werden definitiv Weltmeister. Wir werden heute hier etwas erleben, ich glaube, das hat es lange nicht mehr in dieser Formation. Die Gäste aus dem Ruhrpott, die Helden aus dem Ruhrpott, die kommen heute sozusagen in ihrer nationalen Formation. Blauer Himmel, Sonnenschein. Wir haben sämtliche Wetter-Apps durchgeschaut, ob wir eine finden mit gutem Wetter. Und wir haben hier einen kleinen Rundschiff abgeworfen, aber es wird auch richtig stets zerstört. Aber wir haben hier einen großen Rundschiff, wir haben jetzt noch immer wieder gespielt. Wir haben dort schon einen Rundschiff, aber jetzt kommt das Rundschiff! Und das war schon ein Rundschiff. Oh, 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 oh.